Martin, hast du dich vorbereitet? Ja, ich glaube schon. Auf was genau? Leistungsfeststellung. Oha. Ich hoffe, die Zahlen liegen dir parat. Ja. Wie viel Geld hast du denn ausgegeben? Oh, ein bisschen. Also ich wollte jetzt nochmal so einen größeren Film machen und dann irgendwie war es doch 200 Millionen. 200 Millionen. Gut, okay. Aber ich meine, du hast ja beim ersten Mal auch ordentlich abgeliefert. Ich finde, das ist ja auch okay. Die 200 Millionen, die kann man rechtfertigen. Ich denke mal, beim ersten hast du ja quasi eine Milliarde wieder eingespielt. Das wird jetzt diesmal auch so werden, oder? Oh ja. Also bisher sieht es ein bisschen schlecht aus, muss ich sagen. Aber das wird. Das wird. Das wird, Lukas. Das wird. Aber jetzt gerade momentan... Wie? Also, nicht so gut. Dann machen wir uns jetzt mal lieber keine Sorgen, oder wie? Ja, es geht heute um viel Geld. Um viel Geld. Wo fliegt, fällt auch tief, habe ich gehört. Ja. Das wusste schon Ika aus. Ja. Und heute fliegen wir vielleicht auch ein bisschen zu nah an die Sonne. Mal gucken, ob das so klappt. Aber herzlich willkommen erstmal beim Filmmagazin. Hallo, schön, dass ihr da seid. Damit fliegt ihr auf jeden Fall nicht zu nah an der Sonne. Das stimmt, das stimmt. Bei uns ist es echt auch kalt. Immer. Das stimmt. Und es ist auch düster dunkel, deswegen bei uns hat der Sicherheit... Wir fliegen auch immer Tiefflug, auf jeden Fall. Wir wollen auch nicht zu hoch gehen. Deswegen trauen wir uns das gar nicht erst. Aber erstmal, schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Genau. Und wir sprechen hier über einen Film oder eine Serie pro Folge. In der vergangenen Folge ging es zum Beispiel um die erste deutsche Apple-TV-Serie. Where's Wonder? Da haben wir drüber gesprochen. Wenn ihr die nicht gehört oder gesehen habt. Ihr könnt das ja nicht nur als Podcast hören, sondern auch auf YouTube uns zuschauen. Diesmal soll es auch um einen aktuellen Film gehen tatsächlich. Wir waren im Kino. Wir waren beide im Kino. Nicht zusammen. Aber du quasi frisch rausgefallen. Und ich war gestern. Ach, du hast sogar... Martin hat noch das Kaltgetränk aus dem Kino mitgenommen mit einem Pappstrohhalm. Ja, der sich schon langsam schön auflöst. Dammt der EU! Aber gut. Also es gibt einiges zu erzählen heute über diesen Film. Ich glaube, wir werden uns auch einig sein. So einig waren wir uns wahrscheinlich lange nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht? Okay. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Und ansonsten... Was machen wir ansonsten noch so? Ach ja, mit euch zusammen hier abhängen. Also ihr könnt auch gerne, wenn ihr mal sagt, hier schaut euch den Film mal an oder schaut euch vielleicht auch mal einen älteren Film an. Das machen wir auch ganz gerne. Oder eine ältere Serie. Die mag ich ganz gerne oder die hasse ich sehr. Schaut doch mal da rein. Schreibt es gerne irgendwie in die Kommentare bei Instagram, bei YouTube, auf unserer Website filmmagazin.org oder schreibt uns eine Mail. Mail at filmmagazin.org. So, damit soll es jetzt aber genug gewesen sein mit der Vorrede. Wir steigen ein. Ihr habt den Titel sicherlich schon gelesen. Ihr habt die sicherlich auch schon im Internet die vernichtende Kritik an vielen Stellen gehört über Joker Folie à deux. Den zweiten Teil des Joker-Rismus, sag ich mal. von Regisseur Todd Phillips. Vielleicht erst mal, ohne zu inhaltlich einzusteigen, hast du dich auf Teil zwei gefreut von dem Film vorher, bevor du was dazu gelesen oder gehört hattest? Ach so. Also ich war tatsächlich, es kam relativ schnell die Nachricht, dass es ein Musical wird oder Musical-Elemente hat. Darauf war ich dann sehr gespannt. Ich würde nicht sagen gefreut, aber ich war gespannt, wie sie es draus machen. Jetzt generell, wo ich aus dem ersten Teil rausgekommen bin und du hättest mir dort gesagt, okay, da kommt in fünf, vier oder fünf Jahren, ist ja glaube ich jetzt auch schon her, der erste Teil, dass da ein neuer Teil kommt und ich sage, ja, weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt, weil der erste Teil hat auch, er hat viele Probleme, aber er ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, so verkehrt oder hat durchaus sehr viele interessante Ansatzpunkte und auch starke Szenen. Und ich fand auch eine starke Szenen auf jeden Fall das Ende, das dazugehörte und auch einen schönen Abschluss, wie man so einen Film auch beenden muss. Und wie sich dann am Ende auch herausgestellt hat, auch Oscar prämiert und es ist ja echt selten, dass Oscar-Filme fortgesetzt werden. Das ist ja tatsächlich auch gerade, was ich sehr, sehr spannend finde hier, dass Joaquin Phoenix ja auch damals einen Oscar bekommen hat als bisher Hauptdarsteller. Und es ist ja ganz irgendwie selten, dass dann jemand seine Oscar-Rolle in einer Fortsetzung nochmal spielt. Das kommt ja eigentlich fast nie vor, weil das dann immer so für sich abgeschlossene Dramen sind. Und das war ja für mich auch ehrlich gesagt der erste Joker-Film. Deswegen hätte ich da auch gesagt, nee, da eine Fortsetzung, eher nicht. Wo ich dann gehört habe, okay, es hat Musical-Elemente, okay, mal gucken, was daraus wird. Durchaus gespannt und die ersten Trailer sahen ja auch ganz okay aus. Aber ehrlich gesagt, wenn die kurz vorher gesagt hätten, wie Warner Bros. schon häufiger gemacht hat, hey, wir tüten den Film ein, weil aus steuerlichen Gründen macht das für uns mehr Sinn. Das haben sie ja bei Batgirl und auch bei dem, ein Looney Tunes Film jetzt auch schon gemacht, der auch fertig auf den Servern bei Warner Bros. liegt, aber die dann einfach eingetütet haben. Wenn sie das jetzt bei Joker 2 gemacht hätten, wäre ich jetzt auch nicht so schlimm drum drum gewesen. Ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht. Und wie man jetzt sagen muss, das hätte sich wahrscheinlich wirklich für einen Schwer noch was jetzt mehr gelohnt, hätten sie das gemacht. Aber gut, jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sind wir hier. Ich meine, natürlich, wir haben auch schon mal eine Folge zu dieser Praxis gemacht, dass man Steuern spart, indem man Filme, die man fertig produziert hat, nicht veröffentlicht, wo natürlich alle Kreativen, die daran mitarbeiten, echt was dagegen haben. Haben wir besprochen, könnt ihr anhören. Wir haben auch gesprochen über den ersten Teil von Joker. Ich habe mir die Folge auch nochmal, ich habe da nochmal reingehört. Wir hatten ja damals mit der Psychologin Christiane Attig gesprochen, tatsächlich über auch, also wir haben das ein bisschen geteilt, Joker und die Darstellung von psychischen Erkrankungen im Film und so weiter. Kann man auch nochmal hören, also wenn euch das Thema auch interessiert, auf jeden Fall, weil der Joker 1 hat ja sozusagen was ganz Spannendes gemacht. Er hat versucht, so wenig wie möglich zu pathologisieren und versucht, diese psychische Erkrankung des Jokers, um die es ja auch im Teil 2 gehen wird, und zwar vor Gericht, um die nachvollziehbar zu gestalten. Ohne ihn, das ist ihm auch oft vorgeworfen worden, zu glorifizieren. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich glaube, du hast es schon erwähnt, Joker 1 ist sehr kontrovers diskutiert worden. Sowohl von Fans als auch von Nicht-Fans aus unterschiedlichsten Gründen kontrovers diskutiert worden. Und es ist ja auch nicht das Schlechteste für den Film. Das muss man auch mal sagen. Das hat auf jeden Fall dem geholfen. Ja, es war auf jeden Fall eine Diskussionsgrundlage, würde ich sagen. Joker 2. Naja. Was er nicht macht, aus meiner Sicht, ist das, was er damals richtig gemacht hat, fortsetzen. Muss er ja auch nicht. Man kann sich auch was Neues suchen. Was er aber auch nicht macht, ist zu versuchen, das ähnlich zu machen. Ähnlich kontrovers zu sein. Vielleicht auf eine andere Ebene. Versucht er auch nicht. Aber wir wollten ja erstmal über die Machart und über die Basic-Handlung sprechen. Wir schließen im Prinzip direkt am Ende, also nicht ganz direkt, nicht zeitlich direkt, aber so von der Situation her am Ende von Joker 1 an. Er ist eben in der Psychiatrie gelandet, in der psychiatrischen Einrichtung. Das ist in Gotham City natürlich das Arkham Asylum. Das ist, wenn man die Außenaufnahmen sich anschaut, cool eigentlich gemacht so. Es sieht ein bisschen aus wie Alcatraz. Nur ein bisschen moderner, mit einer riesigen langen Brücke, auch anders als Alcatraz, mit einer riesigen langen Brücke, mit dem Festland verbunden. Und Gotham City ist so eine Mischung aus, auf der einen Seite ein bisschen San Francisco, auf der anderen Seite ein bisschen New York und auf der anderen Seite wieder ein bisschen Chicago. Also eine riesige, riesige Stadt. Ist ganz cool gemacht. Sieht ganz cool aus. Ähm, auch wenn wir davon nicht viel sehen. Nur, ich sag mal so, die, äh, die, ähm, Skyline sieht ganz cool aus. Also man hat in Joker 1 deutlich mehr gesehen von Gotham. Ja, mit Arkham davor. Ja, auf jeden Fall. Also das muss man hier, was schon die erste, bisschen Besonderheit ist, weil das Ganze kleiner ist. Äh, der zweite Teil muss man dann rein inhaltlich, als auch formell, äh, spielt er an weniger Orten. Äh, nämlich dann hauptsächlich im Arkham Asylum, äh, wo Arthur Fleck dann gerade, ähm, seine Gerichtsverhandlung erwartet. Er dort halt mit anderen Insassen, als auch mit natürlich den gewalttätigen Wächtern dort irgendwie klarkommen muss. Ähm, und das ist dann die zweite Handlungsort, ist dann eben das Gericht, äh, wo er dann letztlich sich seiner Taten, äh, ähm, erstellen muss. Äh, die fünf, beziehungsweise sechs Morde, die er begangen hat. Den einen Morden seiner Mutter. Teilweise voll auf einer Kamera. Teilweise voll auf einer Kamera, ne. Das eine natürlich, wo er den Robert De Niro, äh, Charakter umgebracht hat. Das hat natürlich auch jeder gesehen. Deswegen, da geht's auch gar nicht darum, hat er es begangen oder nicht, weil das haben alle gesehen. Sondern was hier dann im Zentrum steht, ist denn Arthur Fleck überhaupt fähig gewesen, diese Taten zu begehen? Ist er quasi geistig so sehr eingeschränkt? Oder hat er eine Erkrankung, dass er nicht zurechnungsfähig ist? Und ist, hat dann Joker eine... Aber geht's da wirklich darum? Aber es geht natürlich dann, könnte man natürlich dann noch später fragen, ähm, aber zumindest so wird uns ja das erstmal vorgestellt. Und hat Arthur Fleck eine gespaltene Persönlichkeit, dass dann quasi der Joker seine, seine, seine Flucht ist, seine gewalttätige Flucht nach vorne und nie dafür verantwortlich ist, diese Morde. Und quasi Arthur nicht ins Gefängnis kommt oder die Todesstrafe erhalten soll, sondern dann eben in eine Psychiatrie kommen würde. Das ist quasi die, das wird verhandelt vor Gericht. Ähm, und was dann, das ist zumindest der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass er dann, was auch, wenn man sich den Trailer angeschaut hat, dass da natürlich noch eine zweite große Figur eingeführt wird, die Arthur Fleck beeinflusst. Das ist dann nämlich Harley Quinn, also Lee Quinzel, die dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ihr alter Ego ganz angenommen hat. Also die Liebschaft vom Joker, ähm, die sich hier hat einweisen lassen, äh, ins Arkham Asylum, weil sie so fasziniert ist vom, vom Joker. Ähm, und ihn dann quasi beeinflussen will, nimm diese Rolle als Joker doch vollkommen an und werde nicht zu Arthur Fleck, sondern werde vollkommen zum, zum Joker. Und dieses Spiel zwischen den beiden ist dann halt auch nochmal so die zweite Handlungsebene, die aufgemacht wird, die eben nicht nur auf Dialoguebene im Film stattfindet, sondern dann eben auch über Musical-Gesang-Szenen, wofür man sich natürlich dann auch mit Lady Gaga natürlich auch eine sehr, sehr fähige Sängerin als auch Schauspielerin geholt hat. Die kann das ja wirklich beides eigentlich sehr hervorragend, ähm, und die dann hier quasi das nicht eben nicht nur im Dialog eben ausmachen, wie sie zueinander stehen und ob er jetzt Arthur Fleck ist oder der Joker oder was genau mit ihm ist, sondern das Ganze dann auch über Gesangsstücke, die größtenteils auch eben, ähm, existierende Songs sind, die man irgendwie aus... Aus großen Broadway- und Musicals und großen, großen Musical-Filmen, ja. Ja, genau. Das ist sozusagen die große Rahmenhandlung. Ja. Genau. Übrigens, also stellt euch das mit dem Gerichtssaal, vielleicht um das nochmal so ein bisschen so in die Länge des Films zu packen, stellt euch das nicht so ganz vordergründig vor, weil es geht glaube ich erst nach der Hälfte des Films ungefähr, ich habe nur grob auf die Uhr geguckt, es geht erst nach der Hälfte des Films los mit dem Gerichtsprozess. Ähm, wir haben vorher auch noch so einen halbgaren Ausbruchsversuch von den beiden, ähm, spielt wirklich viel in Arkham am Anfang, also man kommt eigentlich aus Arkham so gut wie gar nicht raus. Ähm, kleiner hast du schon beschrieben, auf jeden Fall. Ähm, deutlich kleiner, wir kriegen von der Stadt so gut wie gar nichts mit, also was der erste Film ja gemacht hat, ne. Also der erste Film sagt ja basically, ähm, äh, natürlich ist Arthur, äh, es ist eine Mischung aus dem, was mit ihm passiert, aber ein Großteil hat auch diese Gesellschaft, diese Stadt, in der wir sind, ne, wo es eben, wo es eben diese, wo es auch eine soziale Frage gibt, eine ganz große, ähm, wo es, wo es, wo es Brutalität gibt und so weiter, wo es Armut gibt und so weiter und so fort. Ähm, das sehen wir da eigentlich gar nicht. Null. Ähm, auch durch die, auch durch die sehr minimal, also durch die sehr eingeschränkten Handlungsorte, finde ich. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, wo wollen wir anfangen vielleicht mit der Kritik, weil ich hab, ich hab echt so viele, ich hab so viele Punkte. Ähm. Na dann, äh, von oben nach unten gehen wir gerne durch. Ich meine, die Handlung haben wir jetzt durch. Ich würde dann gerne auch noch auf jeden Fall aufs Ende eingehen. Ähm, da würde ich dann auch spoilern. Ähm, aber das würden wir dann natürlich ganz erst am Ende machen. Machen wir am Ende. Also, ich, ja, ich hab mir vielleicht so ein Bild überlegt. Ich hab mir ja erstmal damit reinkommen. Ich hab mir so ein Bild überlegt, wie man diesen Film, ähm, ich hab gestern Abend dann darüber nachgedacht, ich war, also man muss öfter nach, das war toll übrigens, man muss öfter nachmittags ins Kino gehen, finde ich, weil, oder vormittags, egal. Ähm, weil, weil man hat quasi fast alleine, ähm, man, man, äh. Ich mein, am Ende, wenn du jetzt abends gegangen wärst, er hätte genauso ausgesehen. Er hätte wahrscheinlich genauso ausgesehen. Es war auch, es war auch tatsächlich schon ungewöhnlich, der kleinste Saal, ne, das ist für so einen Block, für so einen großen, eigentlich Blockbuster ist das schon, naja, egal. Aber ich hab, ich hab mir, ich hab versucht, wirklich so ein Bild zu finden, ähm, weil ich glaube, man hat sich, woran das liegt, ne, werden wir vielleicht noch drüber sprechen, Ich glaube, man hat sich zu viel vorgenommen, ähm, und das Bild, was mir am ehesten kam, ist, du kommst ja auch so vom Land, ne, wir, sagen wir beide ja gemeinsam, und da gibt's ja in diesen kleinen Ortschaften, da gibt's ja immer wieder Leute, die, die haben Häuser, ähm, und da stellt's euch nicht zu luxuriös vor, sondern die haben sie wahrscheinlich geerbt, ähm, oder, oder ganz günstig geschossen, weil das, weil das fast Ruinen sind im Prinzip, und dann nehmen die sich vor, ähm, neben ihren, neben ihren Hauptjobs sozusagen, die noch zu sanieren. Haben aber auch nicht wirklich Geld, also haben kein Geld, haben, haben, haben da auch noch nie wirklich was mit Handwerk zu tun gehabt, nehmen sich das aber vor, und ihnen wächst es irgendwann über den Kopf, und du siehst es diesen Häusern an. Ähm, da gibt's einige davon, ähm, und wenn man, wenn dann, wenn dann so 20, 30 Jahre an so einem Haus rumgebaut wurde, dann sieht das auch ganz speziell aus, dann hat das, da ist das quasi noch, du hast noch keine Dämmung drumrum, ne, du hast dann so ein Teil ist noch Fachwerk, und da hast du so ein bisschen Gasbetonsteine drin, und auf der anderen Seite hast du aber noch so ein bisschen alte Schiefer, und das, das Dach ist noch nicht so richtig gedeckt, da ist nur so, ist nur die Dachschutzfolie drüber, und man merkt, man sieht einfach, ähm, wie man sich zu viel vorgenommen hat, wie man vielleicht auch nicht richtig wusste, wie man so ein großes Projekt angeht, ähm, und man hat am Ende genauso viel bezahlt, und genauso viel investiert an Zeit und an Herzblut und an Stress, wie wenn man es mit einem guten Plan richtig gemacht hätte, und genau so ist für mich dieser Film, so, ähm, und das zeigt sich an allen Ecken und Enden. Vielleicht reden wir erstmal über, über, über das, über diese Musical-Geschichte, also, sag ich mal, über die Dramaturgie, wie er aufgebaut ist, wie hast, wie hast du das empfunden? Äh, also was ich ja zumindest dann nochmal gelesen habe, und was man auch merkt, das sollte ja nicht so ein gestagedes Musical sein, so wie man es, ähm, bei klassischen Disney-Musicals oder von dem La La Land oder Gracious Showman kennt, wo das so durchinszeniert ist, wo das große Shownummern wirklich sind, ne, wo das, ähm, wo das so, äh, wo das so, äh, augenöffnende Szenen sind, die dann das ganz große Highlight, ne, wo man eine Choreografie hat, wo perfekt gesungen wird, dass es hier so alles ein bisschen dirtier, äh, sein, also so eine Rohheit verspüren, deswegen Lady Gaga hat auch irgendwie im Interview erzählt, dass sie absichtlich versucht hat, schlechter zu singen, als sie eigentlich singen kann, ähm, weil es eben rüberkommen soll, dass, äh, Harley Quinn hier keine gelernte Sängerin natürlich ist. Weil sie sich, äh, Joaquin Phoenix auch annähern musste ein bisschen. Also er singt nicht schlecht, ne, er singt nicht schlecht, aber er ist natürlich nicht auf ihrem Niveau. Genau, genau, und so sind sie ein bisschen mehr auf einem Niveau, und das Ganze, ne, es ist nicht perfekt gesungen, äh, und das Ganze ist auch häufig schnell vorbei, und auch häufig wirklich nur auf einer Bühne findet das statt, wird kurz gesungen, und dann geht's wieder zurück in die Realität, weil häufig ist es so, dass die Musical-Szenen quasi im Kopf von Arthur, äh, passieren, wo er sich dann als Joker richtig verkleidet, und dann quasi kurz gesungen wird, oder das kurz sozusagen in einer Traumsequenz er sich vorstellt, wie er im Gerichtssaal die Leute ermorden würde, ähm, und quasi seine Persönlichkeit annimmt, aber das ist alles sehr, sehr schnell und kurz vorbei, und ab und zu gibt's dann wirklich auch noch Szenen, was ich auch eine komische Entscheidung fand, gewisse Musical-Szenen, die dann doch in der Realität stattfinden, ähm, oder es quasi dann nicht in Arfas Kopf, äh, stattfindet, sondern das Ganze dann in die anderen, aber das ist wirklich nicht getrennt miteinander, oder da findet eine Entwicklung statt, dass es quasi erst in seinem Kopf ist, und dann geht's in die Realität über, sondern es wechselt manchmal so hin und her, da hab ich nicht ganz verstanden, also ich hätte dann irgendwie das klarer voneinander getrennt, wenn das wirklich nur in seinem Kopf, in der Fantasie passiert, und dann vielleicht irgendwann in die Realität übersteigert, so als dramaturgischen Punkt, oder jetzt, hier ist es aber so immer hin und her, äh, weil dann gibt's dann wirklich Szenen zwischen Harley und dem Joker, die dann irgendwie dann doch tatsächlich in der Realität stehen, wo dann auch die anderen Leute darauf reagieren, aber manchmal dann wiederum nicht, also hier konnte man sich auch nicht so ganz entscheiden, und hat auch diese Entscheidung, diese, nicht so quasi so eine Dirty, Dirty Musical draus zu machen, aber so richtig Dirty ist es eben auch nicht, ähm, also so man hat, also selbst eine Choreografie hätte man irgendwie finden müssen, die halt so, jetzt wie bei einem Born-Film zum Beispiel, die haben ja auch so Dirty-Action-Sequenzen, wo sich Born irgendwie ein Taschentuch schnappt und damit seine Gegner vermöbelt, gefühlt, weil er sich irgendwas greift, was grad rumliegt, da ist natürlich das Gefühl, ne, das ist improvisiert, ist es natürlich nicht, das ist natürlich hochchoreografiert, aber es sieht aus wie improvisiert, und das hätte man quasi auf Musical-Ebene hätte man vielleicht, glaube ich, auch finden können. So wirkt es nichts Halbes und nichts Ganzes, ne, das sind keine Highlight-Szenen, aber, und sie erzählen auch nichts, diese Musical-Szenen, also häufig bleibt da, das ist quasi für alle Leute, die Musicals hassen, können quasi auf diesem Film zeigen und sagen, genau das meine ich, weil jedes Mal bleibt die Handlung stehen und es wird quasi nur erzählt, was man schon weiß. Man weiß, dass der Joker gerade, oder Arfa sich gerade fragt, bin ich, oder ich soll jetzt die Persönlichkeit des Jokers annehmen, okay, ich nehm die Persönlichkeit des Jokers an, und das wird einfach nur jetzt nur in zwei Minuten Musical-Szenen nochmal erzählt, aber es findet auch keine, die Liebschaft zwischen Harley und dem Joker, die wäre normalerweise eine große Musical-Nummer, hätte sich ja total angeboten, wo sie sich dann in der ersten, zweiten, dritten Strophe annähern und dann sich lieben lernen, aber das passiert gar nicht, also das ist immer eigentlich schon, steht schon fest, was passiert ist. Es ist wie auf den Pauseknopf drücken und das nochmal durchkauen, was wir gerade erlebt haben und ich hab das, das ist wirklich Worst Case Musical, ich hab das noch nie so erlebt, dass das so, das ist, ich bin wirklich, ich mag, ich bin großer Musical-Filmfreund. Wir haben ja auch letztens über High Society gesprochen, wo ja, der auch nicht perfekt ist, aber wo ja wirklich auch aus den 50ern, wo ja auch wirklich Handlung passiert in den Stücken, wo Charakterentwicklung stattfindet in den Stücken, die nimmt sich ja offenbar dieser Film auch zum Vorbild, solche Filme und kriegt es einfach nicht hin. Ich hab das, am Ende sagt sogar der Joker irgendwann so vor der letzten Nummer, hör bitte auf zu singen, hör auf zu singen und ich hab das noch nie erlebt. Die wenigen Leute, die im Kino saßen, haben gesagt, ja, bitte, hör auf, nicht nochmal singen und das ist wirklich blöd. Das ist wie, um bei dem Hausbeispiel zu bleiben, weißt du, du nimmst dir diesen riesen, dieses Fundament, diesen riesen Keller vor und machst es und machst es so halbgar und am Ende drückst du das Wasser durch im Winter, freien die Leitung zu, weil du nicht gedämmt hast. Weil die Idee an sich ist gut, Keller mit dem Fundament ist eine gute Idee, aber du musst es auch richtig machen. Aber ich find's trotzdem irgendwie diese Entscheidung, das wirklich mal über Musical zu berühren, die ist zum einen als irgendwie bewundernswert, da halt auch so viele Leute vom Kopf zu stoßen und ich fand irgendwie zumindest ein, zwei Musical-Szenen fand ich dann trotzdem ganz interessant. Durchaus, die hatten durchaus Ansätze, die ich eigentlich, also gerade diese Gerichtsszene zum Beispiel, wo sich der Joker dann vorstellt und da wo ich sage, ich bin jetzt der Joker und ihr kriegt das, was ihr haben wollt und doch durchaus ein, zwei Szenen mit Harley Quinn, aber es ist irgendwie immer, man erkennt bloß, dass hier was Gutes sein könnte, aber ich find die manchmal durchaus auch interessant gemacht. Weißt du, die Leute vor den Kopf zu stoßen, das machst du mit dem ganzen Film im Zweifel. Weil sie haben's ja auch, hatte man das Gefühl in der Vorberichterstattung, ist es irgendwann durchgesickert, das war denen auch nicht so recht. Dann ist es dann mal wieder angekocht und wieder bestätigt worden und so weiter. Also sie haben's im Marketing keine große Rolle spielen lassen. Auch in den Trailern nicht. Und das, also sie haben, ich meine, der Eindruck war, sie wollten es dann doch eher verstecken. Ist auch komisch, ja. Also das ist auch keine mutige Entscheidung dann. Nee, dann mach doch so ein Musical-Trailer und mach dann volle Pulle, weißt du. Aber das wollten sie dann wieder auch nicht. Also so richtig konsequent haben sie es am Ende auch nicht gemacht. Also das funktioniert irgendwie nicht so für mich. Die Idee ist gut. Ich hab mich ehrlich gesagt, als das damals durchgesickert kam, hatte ich mich sehr gefreut. Obwohl der Soundtrack vom ersten Joker wirklich gut war. Von, ich spare euch jetzt mir diesen Namen raus zu wählen. Die isländische Composerin, die auch hier im Chernobyl gemacht hat und so, die wirklich grandios ist. Ähm, äh, die hat da halt leider nur eine Nebenrolle. Die hat auch da wieder mitgearbeitet, aber halt, ja, irgendwie nur so ein bisschen nebenbei. Ist dann auch manchmal ein bisschen komisch, dass in eine Musical-Szene fast direkt in die nächste übergeht. Oder dann quasi eine, äh, ein Soundtrack einfach eingespielt wird, wo dann Joker irgendwie das Arkham Asylum betritt und dann einfach Dancing in the Moonlight währenddessen läuft. Und vorher aber auch schon eine Musical-Szene. Also es ist auch so ganz komisch, von Musik zu Musik. Ähm, man teilweise auch springt und man sich dann so ein bisschen, woran soll ich mich jetzt festhalten und was, ähm, ist so ein bisschen zu überladen auch. Und wo ich das Gefühl hatte, Todd Phillips ist so ganz mit dem Musical, er hat es nicht gefasst bekommen. Ähm, und ich wusste nicht so richtig, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ähm, es ist echt, echt schade, ähm, weil ich dann gewisse Szenen fand, ich dann trotzdem irgendwie starr oder hatte einen Ansatz von Stark, weil ich sehr, trotzdem, sehr interessant und stark fand, doch am, am, am Ende. Aber sich, ähm, dann immer wieder die Musical-Szenen das ein bisschen kaputt gemacht haben. Ähm, oder dann einfach sich zu lang gezogen haben, obwohl sie eigentlich an sich kurz sind. Aber sie kommen immer wieder verstreut im Film vor, aber ohne was zu erzählen. Ähm, das ist irgendwie eine, eine große, große Krux an diesem Film. Äh, Figuren. Ähm, ja, auch eine Krux? Schon. Ähm, also ich war am Anfang erst auch ein bisschen, immer wieder auch von Joaquin's Phoenix-Schauspiel ein bisschen überrascht. Weil ich hatte auch immer wieder das Gefühl gehabt, er vergisst, er hat das vergessen, was er im ersten Teil gemacht hat. Ähm, so ein bisschen diese Art von den Narverfleck, den er dort gespielt hat. Das kommt immer, ab und zu kommt das durch, ne, auch diese, dieses Lachen, was irgendwie Lachen und Weinen ist, was ja auch so, ne, das allein das wird ihm wahrscheinlich schon den Oscar geliefert haben, weil das sehr beeindruckend ist. Das kommt nur ganz, ganz selten im Film vor, aber auch nicht so, okay, jetzt ist er quasi wieder das, wenn er quasi wieder sein Trauma durchlebt, dann kommt das wieder. Das ist nicht, also manchmal schon, aber manchmal auch wieder nicht. Und das wird auch nicht so richtig dann inszeniert. Und manchmal redet dann, redet Arthur Fleck auch wieder relativ normal, sag ich mal, Anführungszeichen, wo er eigentlich ganz vergisst, dass er dann doch ein psychisch kranker Mensch ist. Ähm, und das ist dann, dann wirkt er fast normal gespielt. Und dann ist irgendwie, ich wusste es nicht so richtig, soll er jetzt, äh, wann überdreht er richtig? Ähm, es ist quasi nur, wenn er die Schminke auf jeden Fall hat und den Joker spielt, okay, dann. Aber dann auch irgendwie wieder nicht. Wenn er die Schminke teilweise dann nicht hat, dann überdreht er auch, aber dann auch wieder nicht. Und, also ich hab ja auch ganz, konnte ich ganz schwer fassen. Und ich hatte nicht das Gefühl, das sollte so, so, so sein. Also ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, er hat vergessen, wen er da spielen soll. Ja, es ist auch total, äh, ich würde es vielleicht unscharf. Also er ist total unscharf. Es gelingt ihm irgendwie nicht, ähm, ähm, mir, 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 also ihm ist es nicht gelungen, mir zu zeigen, wer, was für eine Figur das jetzt eigentlich ist. Und die kann ja Fragen aufwerfen, ne, die Figur. Macht er ja im ersten Teil auch. Ähm, aber er spielt sie halt irgendwie genial. Und in dem Fall, also es ist eine Mischung, ne, das ist ja jetzt nicht nur seine Schuld, ähm, also nicht nur die Schauspielschuld, sondern die ist ja auch so geschrieben. Ähm, warum auch immer. So unscharf, äh, und wenig nachvollziehbar. Äh, und dazu kommt natürlich, dass die, äh, dass die Insassen, die anderen Insassen von Arkham absolute Abziehbilder von, von, sind. Und genau das, was der erste Film richtig macht, nämlich, nämlich, nämlich so eine psychische Störung facettenreich zu beschreiben, wieder als Abziehbild zu machen. Ne, das sind irgendwelche Leute, die genauso, wie man sich das in irgendeinem Asylum vorstellt, reagieren, ähm, laut sind, bl 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 bl, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, ganz dünn. Äh, ja, was haben wir noch an Figuren nicht groß? Die Wärter sind auch einfach nur, äh, Figuren, also ganz klassische. Auch schade, man hat mit Dommel, mit Dommel, Dommel Gleason halt den Hauptwärter, den, den, äh, der halt einfach auch quält. Und auch andere Insassen quält, auch so eine klassische Figur, aber du hast eigentlich so einen tollen Schauspieler und der natürlich auch nur ein Abziehbild spielen darf. Ja, nicht, nicht genutzt, genauso. Und, und ich muss auch leider sagen, ne, du hast schon gesagt, Lady Gaga ist wirklich eine gute Schauspielerin. Ja. Nicht einfach nur eine Sängerin, die dann auch mal Schauspiel probiert hat, sondern echt eine gute Schauspielerin. Aber auch die spielt leider eine Harley Quinn, die auch nur, ne, auf der einen Seite auch wieder nur ein Abziehbild ist irgendwo, ähm, aber auf der anderen Seite, genau in das abdriftet, was eigentlich nicht passieren dürfte, nämlich diese typische, böse, durchtriebene, ähm, lenkende Frau, Stichwortgeberin, ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Mastermind, die eigentlich alles viel schlimmer macht für AFA, weil, äh, sie treibt ihn ja erst dazu, nicht den Weg zu gehen, den seine gute Anwältin für ihn vorsieht, wo er dann vielleicht sogar freigesprochen werden könnte und in eine richtige Klinik, das ist ja der Lichtblick sozusagen, in eine richtige Klinik hätte kommen können, sondern die ihn dazu bringt, zum Joker zu werden, so. Ja, aber es ist durchaus zumindest, äh, die Entscheidung fand ich zumindest auch durchaus da interessant, weil ja normalerweise diese Harley Quinn Joker, äh, Dynamik so funktioniert, dass der Joker in der Machtposition ist und Harley Quinn... Sie abhängig von ihm ist, so ein bisschen, ja. Ja, abhängig von ihm ist und jetzt ist es halt umgedreht, ne, das wird auch schön in mehreren Szenen auch gezeigt, auch eine Sexszene zwischen den beiden, wo das ja deutlich wird, dass hier der Joker ist derjenige, der abhängig ist von ihr, ähm, deswegen, das fand ich eigentlich durchaus auch stark. Das ist natürlich dann auch wieder ein Klischeen, weil du diese Lenkner, natürlich Frauen, diese femme fatale irgendwie Figur hast, aber das finde ich, es passt durchaus zu Harley Quinn und auch durchaus, man macht es ja auch auf, dass man ihr nicht ganz vertrauen kann und dass sie auch immer wieder lügt und nicht weiß, was ist jetzt auch so ein bisschen Realität, was ist Wahrheit, das wird ja auch so ein bisschen aufgemacht, so wie in Afas Kopf gewisse Sachen passieren, die nie passiert sind, die er sich zurecht fantasiert, so ist es auch mit der Beziehung zu, und da war es ja auch häufig so, dass Afa sich Beziehungen mit Frauen vorstellt, jetzt hat er eine Beziehung zu einer Frau, aber selbst die lügt immer noch, also eigentlich auch eine schöne Dynamik, die man hier machen kann, die auch ab und zu vorkommen und auch durchaus dann zu Charakterentwicklungsmomenten führt oder angedeutet werden, aber halt auch nicht so zu Ende, weil es auch nicht ganz im Vordergrund steht, obwohl das eigentlich hätte die Hauptbeziehung sein müssen zwischen den beiden. Und dafür ist es dann doch auch recht dünn, was zwischen den beiden passiert, was dann auch nur ein Ansatzste ist, obwohl da eigentlich auch echt gutes Zeug dabei ist und auch gute Szenen halt auch dabei sind zwischen den beiden, halt aber auch sich da entschieden wurde, dann wieder zurückzugehen irgendwie und sich auch nicht darauf voll zu konzentrieren und das vielleicht auch zum Hauptfokus zu machen, was ich irgendwie auch merkwürdig finde, wenn man hier schon Harley Quinn mit reinbringt, dass dann doch am Ende sie doch eher eine Randfigur irgendwie bleibt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also gefühlt sind alle Figuren hier Randfiguren. Selbst Afa irgendwie. Ja, Afa, ja. Und Afa bekommt natürlich in dem Film immer wieder ab. Man darf da nicht erwarten, dass ihm irgendwas Gutes wieder fährt. Das durfte man ja im Ersten auch schon nicht. Und im Ersten war das so, das hat total Sinn ergeben, weil das storybedingt war und weil das die Story weitergebracht hat und weil es genau darum ging, für ihn auch Sympathie zu erzeugen, der eigentlich ein Mörder ist und so weiter, um auch vielleicht ein Verständnis zu kreieren und natürlich zu zeigen, dass auch ein Teil davon der Umwelt geschuldet ist und so weiter. Hier gucken wir uns einfach offenbar einen Regisseur an, der Spaß daran hat oder also eine Figur leiden zu lassen. immer wieder und immer wieder und immer wieder, an der das aber auch irgendwie, weiß ich nicht, der das anscheinend auch egal ist, mein Eindruck. Vielleicht bis auf so eine Szene am Ende, der das egal ist, wo ich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig weiß, warum gucke ich mir denn das eigentlich an? Wo ich das Gefühl habe, das war halt auch der erste Teil, der hat eigentlich auch genau die gleiche Schwäche, weil Afa halt auch nur so ständig von einer Misere in die andere und das noch leicht ausgedrückt. Kommt und man sich, da hatte ich mich auch immer gefragt, ja wohin führt denn jetzt das Ganze? Und was genau, ne? Das ist natürlich auch, weil der Film ein bisschen uneindeutig ist und da halt gerade für Gesprächsstoff gesorgt hat. Aber ich genau das, es zeigt sich jetzt hier auch wieder im zweiten Teil. Ich meine, was, der erste Teil hat ja den großen Vorteil gehabt, dass da sich Todd Phillips halt sehr an Martin Scorsese gehalten hat und immer, wenn er nicht weiter wusste, hatte ich das Gefühl gehabt, okay, dann kommt Taxi Driver oder King of Comedy, sind so die zwei großen Filme, die halt im ersten Joker-Film total präsent sind. Wo er einfach die großen Vorbilder sind. Und halt im zweiten Teil hat er das eben nicht mehr. Da hat er immer noch schon die gleiche Erzählart und Weise und die gleichen Schwächen, die gleichen Drehbuchschwächen, nur dass eben jetzt das große Vorbild irgendwie fehlt. Ich weiß nicht, hier hätte man sich vielleicht eher bei Kuckucksnest orientieren können. Also den Film mit Jack Nicholson, einer Flug übers Kuckucksnest. Das hätte auch gut gepasst, finde ich. Aber man hat es dann doch eher für so ein Asylum- und Gerichtsdrama irgendwie entschieden. Aber es hat irgendwie auch keins von beidem. Und dadurch ist das irgendwie noch offensichtlicher, dass Todd Phillips auch die Afferfigur nicht einfangen kann. So richtig. Und so ein bisschen auch vor allen Dingen, was ich glaube ich die größte Schwäche finde, weil einfach nochmal der erste Teil eigentlich nochmal durchgekaut wird. Also alles nochmal, was dort passiert. Es gibt ja auch mehrere Szenen, wo nochmal Szenen aus dem ersten Teil gezeigt werden, wo das immer wieder aufgefüllt wird. Also da, wo man mal Kuckucksnest sieht, außer Asylum und Gerichtssaal, ist meistens dann auch Szenen aus dem ersten Teil. Und man bekommt eigentlich nochmal durchexerziert, ja, was für ein Mensch ist denn Affer? Ist er jetzt ein Kranker oder ist er ein Verbrecher? Gleich am Anfang ja eigentlich schon. Da gibt es so eine, die erste Szene ist quasi so eine Zeichentrick-Animation, wo wir im Prinzip nochmal das Ende des ersten Teils zusammengefasst bekommen. Alles Zeichentrick. Oh, wie kreativ. Ja. Und das ist dann, zeigt sich im Verlauf des ganzen Films, dass dann auch mal Figuren nochmal auftreten, mal aus dem ersten Teil nochmal besprechen. Was haben wir da, was ist genau passiert? Was haben wir schon gesehen? Aber das haben wir alles schon gesehen. Ja, im Zeugenstand. Furchtbar. Also das ist wirklich super schade. Auch wenn ich auch die Szene mit den Puddles auch sehr intensiv und stark auch durchaus finde. Also den kleinen, wüchsigen Schauspieler, der hier auch ja Zeuge eines Mordes wurde und total verstört davon ist. Ich finde auch gerade auch im ersten Teil die Szene da. Diesen Mord finde ich mit die stärkste Szene im Film. Weil die wirklich unangenehm ist, weil die wirklich an die Nieren geht. Und du dann jetzt auch nochmal siehst, was für Auswirkungen das hatte auf den Teil. Und das ist gerade auch ein Moment, wo sich der Joker so oben auffüllt. Weil jetzt verteidigt er sich selbst im Gerichtssaal. Jetzt hat er sich auch in seiner typischen Joker-Verkleidung, zeigt er sich. Und dann kommt der Puddlesenk quasi wieder aus seiner Position herunterkickt und aus seinem Thron so ein bisschen, weil er halt zeigt, was er anderen Menschen angetan hat. Ja, er kommt da an seine Grenzen. Er ist ja eigentlich so in seinem Hoch, weil er hat ja gerade seine Anwältin gefeuert, das passiert dann auch, und will sich selber vertreten und das macht das Gericht eigentlich die ganze Zeit lächerlich, indem er da als Joker auftritt. Aber da merkt man dann schon, oh, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Genau. Da fällt ihm dann nichts Besseres ein, als sich über seinen Namen lustig zu machen. Genau, genau. Und das zeigt eigentlich, dass er lächerlich ist und eine ganz, ganz arme Seele ist. Und das funktioniert natürlich auch schon, aber dann gibt es wieder andere Zeugen auf großen Szenen, wo die total halt ins Nichts nochmal laufen. Wo dann nochmal seine Sozialarbeiterin gefragt wird, nochmal seine imaginäre Freundin, also halt Dachbarin, mit der er zusammen gewohnt hat, die halt ins Nichts führen und wo einfach nochmal der erste Teil durchgekaut wird. Und dann ist halt die große Frage, warum gibt es überhaupt diesen zweiten Teil? Also was genau wollte uns Todd Phillips damit nochmal erzählen? Und das ist so ein bisschen eigentlich nichts. Oder er wollte vielleicht nochmal eine Korrektur machen, weil er durchaus auch Männer gab, die halt an Arthur und an Joker durchaus eine Identifikationsfigur gefunden haben. So ein bisschen, wie es ja eigentlich auch der erste Teil selber schon erzählt, weil es einen Anhänger gibt, die sich irgendwie von den Taten inspirieren lassen und das so ein bisschen falsch verstehen. Und irgendwie gefühlt könnte ich mir zumindest vorstellen, dass hier, oder den Eindruck hatte ich zumindest manchmal, dass Todd Phillips dann so ein bisschen das nochmal klarstellen wollte, nein, Arthur ist kein Held. Das ist auch ein Loser und eine bemitleidenswerte Figur, die halt auch viel Schlimmes passiert, wo auch die Gesellschaft, das System irgendwie daran schuld ist, ohne es genau benennen zu können, weil auch Todd Phillips dieses handwerkliche Geschick fehlt, halt das System auch benennen zu können. Also wie genau scheitert denn die Gesellschaft an einer Figur wie Arthur? Warum können wir so jemandem keine Hilfe geben? Das bleibt dann auch nur so eine Randnotiz, dass halt irgendwie schon in seiner Kindheit das System an ihm gescheitert ist, weil er nicht die Hilfe bekommen hat, die er hätte bekommen sollen. Aber dabei bleibt es dann irgendwie auch. Und dann ist ihm fällt halt nichts ein, außer nochmal den ersten Teil durchzukauen und nochmal ein bisschen zu sagen, ja, er ist halt kein Held und auch kein Anti-Held. Auf jeden Fall auch kein Anti-Held. Und das ist dann irgendwie am Ende irgendwie dann doch ziemlich, ziemlich dünn. Ja. Alles, ne? Also das Einzige, was nicht dünn ist, ist, wie er fotografiert ist, also wie er gefilmt ist. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also wirklich sehr, 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 sehr gut. Da kann man, also kann ich nicht meckern. Auch wenn man sagen muss, so von der Ausstattung und von der Größe her, ich, also ich kann mir diese 190, es wird von 190 Millionen Dollar Budget irgendwie gesprochen und Todd Phillips hat eben eine Carte Blanche gekriegt, was, glaube ich, ein großer Fehler war. Aber Alter, wo ist dieses Geld hin? Du hast effektiv zwei große Drehorte. Ähm, ich, also selbst wenn man sich mal ein bisschen querliest, um zu gucken, wo das Geld hin ist, ich, ich, du kommst nicht drauf. Also es gibt, es gibt da, ich verlinken euch auch in den Show Notes ein paar Quellen, die, die schreiben von 20 Millionen Dollar für Todd Phillips, 20 Millionen Dollar für Joaquin Phoenix, immer bei 40, 12 für Lady Gaga, sind wir bei knapp über 50, so viel hat der erste Teil gekostet. Ähm, dann hast du natürlich Musikrechte, die wohl relativ teuer waren, weil du die alten, äh, alten Lizenzen für die Musik einkaufen musstest. Du hast natürlich die Produktion, aber hey, das sind keine großen Sets, das ist kein, keine aufwendigen, wo ist das Geld hin? Also ich bin echt, weiß ich nicht, vielleicht wird da nochmal was dazu bekannt, vielleicht recherchiert sicherlich auch schon, auch schon, auch schon jemand, aber so viel Geld für den Film. Ich denke, das wird die letzte Carte Blanche für Todd Phillips gewesen. Auf jeden Fall, ja. Auch gerade bei Warner Brothers muss er jetzt, glaube ich, nochmal zu Grabe kriechen, wenn da nochmal was drauf ist. Die sind jetzt auch wirklich in einer, die sind wirklich in einer blöden Situation, das lief ja sowieso nicht. Also welcher, welcher, welcher von den letzten DC-Filmen ist denn gut gelaufen für Warner? Mir fällt gerade ehrlich gesagt keiner ein. Also das wird erst wieder, wenn dann die James-Gun-Ära quasi anfängt. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt ja dann, ja, nächstes Jahr kommt ja auch der Superman-Film, der neue von ihm. Also da, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, der wird sehr, sehr erfolgreich sein. Aber. Wobei natürlich dann jetzt dieser Film auch dafür sorgen könnte. Weiß ich nicht. Ja. Das wird natürlich interessant zu sehen sein. Ich finde auch durchaus interessant, dass er trotzdem so ein riesen Flop bisher ist und bisher auf einem Niveau von Morbius läuft. Was das Einspieler gibt. Drunter, glaube ich, sogar noch. Oder sogar teilweise drunter geht. Also er hat jetzt nicht mal seine Produktionskosten wieder eingespielt, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Also die wird er vielleicht dann am Ende vielleicht schaffen so gerade. Aber das ist am Ende trotzdem Minus, weil noch, wie gesagt. Mit weltweit, ja, ja. Mit weltweit, ja. Und dann halt eben auch das Marketing noch oben drauf kommt. Also der wird auf jeden Fall mehrere, schon hunderte Millionen Minus machen. Dass trotzdem nicht halt dieser Hype, der der erste Teil ja hatte, dass das sich nicht nochmal neu übertragen hat und dann irgendwie auch die Trailer ja gut liefen. Und da waren ja auch viele Leute drauf gespannt. Aber dann das und dann auch die schlechte Mund-zu-Mund-Propaganda vermutlich und auch die schlechten Kritiken. Der wurde ja auch bei Venedig, glaube ich, dann das erste Mal gezeigt. Da ging es ja auch schon los. Und dann viele gesagt haben, oh, 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 das ist aber nicht so gut. Aber das es ja andere Filme auch nicht aufgehalten hat. Und das alleine hat einfach die, der doch ja viele Leute den ersten Teil ganz, ganz großartig fanden. Und der auch ein Oscar-Gewinner ist, dieser Film. Sowohl für das Schauspiel als auch für die Musik damals. Dass das alles nicht, dass die Leute sich das angeschaut haben, sondern alleine dann, okay, Musical soll ein bisschen komisch sein. Und was genau will uns der Film ja eigentlich erzählen? Weil das haben die Trailer ja auch nicht unbedingt geschafft, sondern irgendwie nur, ja, es geht nochmal Gerichtsverhandlungen darum. Okay, aber was passiert hier jetzt genau? Offensichtlich, der Joker wird sich ja auch nicht befreien irgendwie aus dem Gerichtssatz. Zumindest scheint das keine große Rolle zu spielen. Also was genau will ich mir angucken? Also man hat es ja irgendwie doch nicht geschafft, hier ein Interesse zu steigern, obwohl der erste Teil ja so gigantisch erfolgreich war. Das finde ich dann auch echt krass. Ja, ja, und ich glaube, über das Ende braucht man gar nicht reden, oder? Wolltest du noch über das Ende reden? Also ich schon, weil ich es ganz, äh, trotzdem mal interessant finde, weil jetzt noch zusätzlich ein Kniff hier Todd Phillips sich überlegt hat. Ähm, also jetzt hier Spoilerwarnung, aber wie gesagt, der Film ist echt, handlungsrecht echt dünn, wenn man mal in die Analyse geht. Ähm, deswegen, ihr verpasst eigentlich nicht so viel, aber wenn ihr euch trotzdem natürlich, wenn ihr jetzt nichts spoilern wollt, auch wahrscheinlich ist, dann könnt ihr jetzt gerne abschalten. Ansonsten würde ich jetzt mal kurz aufs Ende eingehen. Ähm, Weil ja dann auch Todd Phillips, was ja dann auch jetzt nochmal in einem Interview klar gemacht hat, dieser Joker, den wir hier sehen, ist nicht der Batman-Joker. Wohl. Sondern das ist wirklich einfach, Arthur Fleck ist Arthur Fleck. Und es hat wohl bloß den echten Joke, den echten Joker jetzt in Anführungszeichen, inspiriert zu seinen Taten und zu seinem alter Ego. Weil dann wohl, ähm, der, der Joker, der es dann wird, äh, den Arthur Fleck jetzt hier umbringt am Ende des Films. Ähm, quasi dann Arthur Fleck kurz vor seiner Exekution, dann zu der Todesstrafe, zu der er verurteilt wird, ähm, soll er nochmal Besuch bekommen. Ähm, er geht irgendwie in eine Halle, äh, im Arkham's Hall, dann kommt, wird er von einem Insassen angesprochen und da wird dort von ihm erstochen. Äh, und dieser Insasse, ähm, macht man dann auch im letzten Bild, sieht man dann irgendwie, wie er sich halt auch so ein Joker-Grinsen reinritzt in seine, in seinen Mund. Ähm, und quasi Arthur Fleck dann hier auch stirbt am Ende des Films. Also quasi auch nochmal so aufmacht, hier wirklich nochmal, dass es was komplett eigenständiges und hat am Ende auch gar nichts mit dem Joker, so viel zu, also irgendwie schon. Ähm, ähm, aber es ist auch wieder so komisch, weil diese, das was ja im ersten Teil ja schon noch eine größere Rolle spielt, dass ihm Arthur eben auch andere Leute irgendwie inspiriert oder irgendwie zu einem Symbol wird und dass er im zweiten Teil immer wieder angesprochen wird. Es gibt irgendwie, ähm, Publikum, ähm, vor dem Gerichtssaal, aber wir lernen auch keinen davon kennen. Wir lernen auch nur ganz am Ende halt dann kurz jemanden kennen, wo dann irgendwie halt eine Autobombe vor dem Gerichtssaal gezündet wird und irgendwie halt zwei Anhänger vom Joker halt diese Bombe offensichtlich gebaut und gezündet haben und ihn halt retten wollen aus dem Gerichtssaal, aber die verschwinden dann auch wieder ganz schnell, weil Arthur, äh, Arthur dann auch abhaut, mit denen nichts zu tun haben will äh, und dann eben auch noch ein Anhänger enttäuscht ist von seinem großen Vorbild und ihn dann halt auch ermordet. Ne, so ein bisschen, der Schüler bringt den Meister um. So ein kleines bisschen könnte man das so interpretieren. Ähm, aber das ist ja irgendwie auch irgendwie nichts. Also auch vor allem, weil dieser, ähm, dann Anhänger von ihm ja auch im Verlauf des Films keine große Rolle gespielt hat. Man sieht ihn zwar mal. Man sieht ihn halt nur ein paar Mal. Er hat dann auch so ein Lachen halt, so ein irres Lachen, aber das war's dann irgendwie auch. Also irgendwie, die wird auch nicht irgendwie als Nebenfigur oder er wird nicht groß als Nebenfigur eingeführt, ähm, was ich irgendwie auch gar nicht verstehe. Und da merkt man irgendwie diese Handwerkslosigkeit, oder zumindest diese Sprachlosigkeit, ist es ja wirklich von Todd Phillips, der gar nicht, glaube ich, weiß, was ist meine Figur eigentlich? Wohin? Und ehrlich gesagt, ich find blöd, dass ihr den so, so gefeiert habt, einige Leute. Also ich glaub, das ist das Einzige, was man irgendwie merkt, dass Todd Phillips das selber ein bisschen blöd fand, dass es da vielleicht ein paar Figur halt ein Vorbild irgendwie gesehen haben. Und er wollte nochmal klarstellen, auf jeden Fall, was für ein Loser eigentlich dann Alpha Fleck ist, aber dann das auch über halt diesen Anhänger nochmal zu erzählen, der ihn dann umbringt, find ich irgendwie komisch. Ja, ich auch. Also weißt du, ich hätte zum Beispiel einen Kniff, jetzt nicht für das Ende, das geht über den Film hinaus, aber welchen Kniff wäre es ja gewesen, wenn das jetzt nicht ein Anhänger, auch ein Mitinsatz sozusagen gewesen wäre, über den wir auch gar nichts wissen, sondern der auch wieder ein Abziehbild ist, sondern wenn das halt, ein, wenn jemand gesagt hätte, Mensch, da braut sich was zusammen, ich will daraus politisches Kapital schlagen, Macht, das ist offenbar eine Bewegung, dass es dann so ein, weiß ich nicht, so eine Art Steve Bannon gibt, dem sozusagen das, dem das gewahr wird und der merkt, oh, wenn dieser Joker jetzt, was er ja am Ende tut, sagt, ich will nicht mehr der Joker sein, wenn er das jetzt tut, dann verlieren wir diese Figur. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen das, was auch der Christopher, von Nolan Joker macht, nur, nur mit noch mehr Strategie vielleicht, nämlich daraus Kapital zu schlagen, aus diesen, aus diesen Leuten, das hätte ich interessant gefunden, so eine Erzählung würde mich mal interessieren, dann, aber, 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 weiße einen Mitinsasse, der ihn dann einfach ersticht, weil er, aus welchen Gründen auch immer, ist wirklich super lame, sorry, also, echt auch so unzufriedenstellendes Ende, weil, ich hab mich sowieso schon gefragt, warum guck ich mir diesen Film an, warum muss ich jetzt wieder 140 Minuten mir, warum, und um da am Ende, das alles zu beenden, indem man sagt, ja, ein richtiges Ende zu schreiben, bin ja auch zu faul, ich lass den jetzt einfach sterben, Alter. Ja, also schon sehr frustrierend alles, aber, absolut frustrierend, aber ich find auch durchaus, der kriegt ja gerade echt krasse Breitseite ab, und ich find's ja trotzdem faszinierend, wie negativ die Kritik ist, weil ich ja trotz allem ist, also ich bewundernswert finde, wie man halt so einen kleineren Film machen kann, mit dem zweiten Teil, der so erfolgreich war, und der dann halt sich eben doch verhebt, total, aber wenigstens etwas versucht, etwas, ein bisschen was Neues, und ich auch durchaus, sind ja einige Szenen, die, mit Paddels, die Szenen, und auch einige Szenen, zwischen Lady Gaga und Joaquin Phoenix auch stark finde, ich find jetzt, der hat jetzt die ganz harsche Kritik nicht unbedingt verdient, weil zumindest in den USA gibt's ja auch diesen Cinema-Score, wo das Publikum, in den ersten paar Tagen, die diesen Film angucken, wo dann so ein A bis F, wo das A quasi, ist das Beste, und ein F ist das schlechteste, aber selbst die allerschlechtesten Filme kriegen ein B immer noch, an Zuschauer, und das ist, aber das ist quasi fast schon schlecht, ein C ist schon echt richtig furchtbar, Maddenweb hat zum Beispiel ein C bekommen, bei diesem Cinema-Score, und Joker 2 hat jetzt den D bekommen, und er ist nicht schlechter als Maddenweb, muss man wirklich sagen, das ist er halt wirklich nicht, über Maddenweb haben wir auch schon gesprochen, könnt ihr euch auch anschauen, und das ist wirklich, also Maddenweb ist ja wirklich ein Verbrechen an der Menschlichkeit fast schon, und das ist Joker 2 jetzt wirklich nicht, das ist er wirklich nicht, ich würde jetzt nicht, ich würde nicht empfehlen, ihn anzuschauen, ich würde schon gar nicht empfehlen, Geld dafür auszugeben, aber er ist nicht so schlimm wie Maddenweb. Das ist auf jeden Fall nicht. Also ich würde schon, also ich glaube, das lohnt sich auch trotzdem, über den zu diskutieren, weil man halt merkt, also so gewisse Szenen, die vielleicht auch funktionieren. Bei Maddenweb lohnt es sich nicht mal drüber zu diskutieren. Nee, da kannst du nicht mal drüber diskutieren. Und deswegen, also ich fand mich jetzt ganz furchtbar, ich bin auch mit Erwartungsleitung reingegangen, dass das schlecht wird, deswegen das natürlich auch mal. Ich bin, also ich bin auch, also ob dieses, dieses großen Shitstorms, also ich finde ja sowieso, diese Kultur, das dann auch so zu vernichten und so ad hominem daran zu gehen, wenn ich mir angucke, wie sehr jetzt alle Beteiligten an diesem Film gehatet werden, das ist ja auch nichts Persönliches, wenn wir hier sagen, Todd Phillips hat er offensichtlich verkackt oder es reicht nicht, er hatte da offenbar keine Vision oder so, dann ist das ja eine Kritik, deswegen gehe ich jetzt nicht in seine Kommentarspalte und heite ihn dafür ab. So, ne? Und das passiert aber gerade, genauso wie dann auch etablierte Medien und ich habe echt, also es klickt offenbar gut, deswegen wie viele Artikel auf einzelnen Portalen alleine schon zu diesem Film zu unterschiedlichsten Themen entstanden sind, das ist echt heftig, auch so Sachen, wo sich dann gefragt wird, wer ist schuld? Ist Joaquin Phoenix dran schuld? Hat der den Film überhaupt erst verursacht, weil er nur davon geträumt hat, weil er von der Handlung geträumt hat, das habe ich irgendwo gelesen und es ist so, darum geht es doch gar nicht, guckt euch den Film an und geht dann auf diese, geht dann, kritisiert ihn dann für euch, wie hat er funktioniert, wie hat er nicht funktioniert. Dann kann man sich schon auch die Frage stellen, 200 Millionen Dollar, wo sind die hin? Das kann man auch machen. Vor allem Warner sollte sich das stellen. Warner sollte sich, Warner sollte da mal auf die Suche gehen und dann muss man da wahrscheinlich auch wirtschaftliche Konsequenzen ziehen, nämlich es wird auf jeden Fall keinen dritten geben, es wird auch auf jeden Fall keine carte blanche mehr für Todd Phillips geben. Ja, aber diese Art der Kritik, aber da sind wir uns ja einig, dass dieser Shitstorm so schwierig ist. Das ist jetzt die große Erzählung, in vielen Augen vieler Leute war der erste Teil echt großartig und jetzt hat man halt so eine an die Wand gefahren. War ja natürlich auch nicht, aber das ist natürlich dann die große Erzählung von ganz oben nach ganz unten, das ist natürlich dann wunderbar, was man dann erzählen kann und man sucht dann nach den Schuldigen oder kann da jede kleinste Geschichte, dass es irgendwie auch kein Testscreening vorgegeben haben soll, was ja eigentlich auch üblich ist, aber ob das wirklich stimmt, ist das irgendein Gerücht, keine Ahnung und das ist dann so, jeder Informationsschnipsel wird da dann genommen, um irgendwie zu diesem Vierschlag dann zu erklären und das ist halt gerade was, klickt sich natürlich gut. Ich meine, wir sind da ja auch, natürlich klickt es gut, deswegen, also ja. Deswegen machen wir auch einen Podcast darüber, weil es ein spannendes Thema ist. Genau, natürlich, natürlich. Auch Teil davon irgendwie. Wir profitieren am Ende auch davon und natürlich hauen wir auch mit drauf und dann die Grenze dann zu, was ist jetzt schon draufhauen und was ist Kritik, die ist natürlich dann auch ein Stück weit fließend, sage ich mal. Aber es gibt schon klare, es gibt auch klare Abgrenzungen. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt ein schlechter Film und davon gibt es noch einige. Das ist jetzt kein Grund, dass die Welt untergeht. Das ist jetzt auch kein persönlicher Angriff gegen einen Fan. Also dieser Film ist kein persönlicher Angriff auf einen Fan von der Figur, der Joker, der vielleicht mit anderen Erwartungshaltungen in so einen Film reingeht und jetzt getroffen ist, anders getroffen als ich jetzt, der sagt, ja, Batman finde ich auch ganz gut, das Universum finde ich auch ganz gut, aber wenn jetzt halt ein Flop dabei ist, Alter, 99 Prozent der Superheldenfilme, die gerade rauskommen, sind absolut schlechte Filme, wundert mich jetzt gerade nicht so richtig. Ich meine, der hat natürlich alle Freiheiten wohl gehabt, künstlerisch, und das kann halt eben auch mal so. Und dann ist es halt schade. Dann ist es halt schade. Weil nämlich ganz viele andere Filme haben diese Freiheit nicht, wird von den Studios so viel reingeredet und jetzt kommt jemand und nutzt diese Freiheit nicht. Schade. Oder nutzt sie schon, aber hat halt eine schlechte Idee. Ja, macht halt eine schlechte Idee. Aber das passiert halt. Also das muss man halt auch sagen, das ist was, was passiert. Und es ist so, es gibt ja diese berühmte Rede da von Hollywood, ich weiß ja nicht mehr vom Oscar-Verleihung, ich weiß nicht mehr, wer sie gehalten hat von wegen, statt ein 200 Millionen Film produziert halt lieber 10, 20 Millionen Filme, die da auch sehr rumgegangen ist, der man auch sehr viel abgewinnen kann. Und natürlich ist aber die Trefferquote bei 20, bei 10, 20 Millionen Filmen ist halt höher, dass dann wirklich mal zwei gute dabei sind, als bei einem 200 Millionen Film. Weil was passiert, wenn du einem einzelnen, es ist ja nicht nur ein einzelner Regisseur, es ist ja trotzdem irgendwie mehrere Leute, die daran arbeiten, aber wenn du einer Produktion 200 Millionen gibst, ja dann passiert halt mal eine Scheiße und dann kriegt aber die nächste keine Freiheit mehr oder kein Geld mehr. Dann wird Warner beim nächsten Mal sagen, wenn du 200 Millionen von uns bekommst, dann gucken wir da aber ganz, ganz, ganz genau hin. Oder aber, jo, du kriegst halt keine 200 Millionen, sondern nur zwei. Und dann kannst du halt nicht so einen Blockbuster machen. Das ist halt schade. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Mal gucken, was dann so die Lehren daraus sind, weil es ja durchaus, Warner ja auch nach dem ersten Zeit zumindest auch gerne häufiger solche Dark-Filme, die halt so düstere Themen mehr ansprechen und dann halt so einzelne Figuren mehr, die auch experimenteller sind und einzelne Figuren eben mehr auch in den Fokus rücken, die bisher nicht so im Fokus standen oder zumindest dann eher immer so als Nebenfiguren, wie jetzt ein Joker, obwohl auch der Joker ja schon sehr häufig auch im Vordergrund stand. Aber da gab es natürlich auch sehr andere Figuren aus dem DC-Universum, die sich da geeignet hätten oder wo du dann auch ein bisschen experimenteller bist und mal zeigst, was Comic-Verfilmungen auch sein können oder was du damit machen kannst. Das ist ja jetzt, nach Joker 1 gibt es bloß Joker 2. Also auch das, obwohl der erste Teil auch so erfolgreich war, war dann bloß das Geld dann nochmal einen teureren, aber nicht besseren zweiten Teil zu machen. Es ist dann auch ein bisschen schade, dass man da zumindest selbst die Lehren dann aus dem ersten Teil nicht genommen oder vielleicht noch andere Figuren und andere Filmemacherinnen da irgendwie beauftragt hätte, die ihre Version von einem Nebencharakter vielleicht erzählen können und dann vielleicht nicht immer nur das ewig Gleiche machen können, aber es ist ja irgendwie auch nicht passiert. Mal gucken, was dann jetzt aus dem zweiten Teil, ob da eine Lehre dran ist. Hey, vielleicht nicht gleich sofort einen riesen zweiten Teil machen, der dreimal so teuer ist, aber dann irgendwie trotzdem sich kleiner anfühlt. Deswegen mal gucken, was dann daraus jetzt wird. Also es wird sicherlich schon eine kleine Zäsur sein, könnte ich mir schon vorstellen. Das wird schon, glaube ich, Auswirkungen drauf haben, wie jetzt auch andere Origin-Geschichten dann vielleicht von Filmen erzählt werden. Das ist dann Comic-Verfilmungen doch wieder eher, die mehr klassisch reingehen. Ich glaube, es gab ab und zu gab es immer durchaus experimentellere Comic-Verfilmungen, die auch jetzt auch ein Batman, der erste Batman jetzt mit Robert Pattinson, war ja durchaus auch eher sehr genrelastig, sag ich mal, nicht so klassisch. Batman. Das war auch ein finanzieller Erfolg. War natürlich auch ein finanzieller Erfolg. Mal gucken, ob das jetzt auch Auswirkungen auf den zweiten Teil hat, wo man dann auch noch mehr safe geht. Ist der noch nicht gedreht? Der ist noch nicht gedreht, tatsächlich. Also das dauert auch noch echt, das dauert nur noch zwei, drei Jahre, bis der kommen soll. Also sie lassen sich doch echt Zeit. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass zumindest da jetzt auch Auswirkungen drauf hat, jetzt der Flop vom zweiten Joker. Weil ja auch der Joker ja auch schon vorkommt in der Abspannszene vom Batman-Film. Wie sie auch mit der Figur, was sie damit jetzt weitermachen. Deswegen mal schauen. Also durchaus auch spannend, wie jetzt das weitergeht. Ja. Okay. Ja. Also Leute, wenn ihr ihn unbedingt sehen wollt, dann ihr seid gewarnt. Und ansonsten übernehmt euch nicht beim Hauskauf und schaltet nächste Woche das Filmmagazin wieder ein. Ja, weil da gibt es die besten Haustipps. Genau. Welchen Mörtel ihr verwenden sollt und welches Holz. Genau. Einfach alles mit Bauschaum machen. Oh, ja, das ist auch gut. Also dann. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.